Am 16. September ist es endlich da. Das neue NHL-Spiel von EA Sports mit allen National League A-Teams. Auf dem nationalen Cover wird wiederum Marc Streitz gesehen sein. Auf Wunsch könnte noch aber Roman Yossi auf eurem Game Cover verewigen lassen. Er ist natürlich sehr geehrt und auch begeistert vom neuen Spiel. Es ist natürlich schon speziell. Es ist super zum Gamen, mit der eigenen Mannschaft zu spielen, mit deinen Teamkollegen und gegen Gegnern, die du auf dem Eis spielst. Das ist schon etwas Spezielles und die Grafik ist viel besser als im alten Game. Von dem her ist es sicher ein spezielles Game. Als Null für Klavier sind die infectionale der Torhüter Redon. Unsere Null für unsere Mitarbeiterwig Bowers Bei uns ist klar, wie ich die SCB nehme, aber wenn ihr jetzt mehrere Kollegen mit euch einladet, mit euch in der Mannschaft spielen, Was gibt es für einen Alternativen? Ja, ich muss am schwersten Papier spielen, wenn der SCB auch nehmen kann. Ich glaube, sie wollen dann alle der SCB nehmen. Aber sonst muss man halt direkt ein anderes Team nehmen. Schon bald können der SCB den eigenen Stubbel spielen. Und nicht nur das. Ihr könnt auch noch mit dem SCB gegen den Rest der Schweiz antreten. In der Virtual League werden ihr ein Teil vom Team. Mehr Infos und der bestellte Anlage für die Spiele findet ihr auf scb.ch